So, heute fahren wir an, da ist der hoch. Das Wettenhaus ist fast schon fertig. Dann fahren wir auf die andere Seite hoch. Einfacher Sattel, knackt nicht mehr. Schnellreparatur eben beim Fahrradhändler. Zeigen, raus, wieder rein, knarren weg. Super. Alles zum Nulltarif. Ja, mein Motor. Mein Ehrentrieb. Ja, wenn das nicht mehr so knackt, ist das toll. Da kommt nichts auf. Das ist ganz ruhig. Ja, es geht schon ganz schön mächtig auch hier berghoch. Es wird schon ein bisschen steiler. Wie war dabei? Der Ausweis. An den neuen Kirchner Höhe und den Felsberg. Das sieht man heute super. Immer weiter hinauf. Ja, der Unterwald, der Vater. Das Wasserwerk. Vorbei in den Bäumen mit den Gesichtern. Das ist mir schon nach oben gestrampelt. Ohne Motor. Nur mit Muskelkraft. Keine 20 Schnitte. Sprit auf 100 Kilometer. Nee, Wasser halt. Auf lange Sicht. So. Dann geht's weiter hoch zum Urden. So ist es hier. Ich esse den auch. Wenn man das öfters macht, dann kann man das ganz locker fahren. Wenn da durchaus von der Couch halt hochkommt, dann klappt das nicht. Aber wenn man das öfters macht, kann man das auch öfters fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Die Power kommt dann komischerweise von ganz alleine. Nicht immer nur reden, sondern machen. Dann kann man das auch einfach genießen. So bei einem Klangholz. Mit den kaputten Bäumen im Hintergrund. Kleiner Taktor. Das war jetzt irgendwas dran. Wenn einer kommt, dann macht Fahrradfahrer keine Chance. Muss der Platz zu machen. Das ist der Ende, Mann. Wir sind in der Hagen. Dann kann man das jetzt hier hinten am Rand sehen. Und am Waldrand. Diesen Smog. Der jetzt schon da ist. So. Jetzt ist da in den Wald. Da ist noch die Baumwühlbank bei Zwergen. Jetzt weiter ist das Holzhauschen. Das Nest. Heute ist ganz anders. Da sind wir jetzt eben Jogging entgegen. Aber sonst keine Leute. Ja, wenn das nicht quietscht, ist das richtig geil. Knarrt. Und jetzt mal wieder eine Maus. Über den Weg. So schnell. Das sieht man ja nicht. So schnell. Dann schauen wir mal wieder Sarah. Abbau ich heute Abra. Zack. Jetzt ist es mir oben. Am Boden. So ist sie. So schnell. Man hört es einem mal Atem. Gar nichts. Ist nicht anstrengend. Einfach nur locker. Okay. Das ist der Unterschied zwischen mir und den Bolidenfahrern. Mustang und Chevy und Ranger. Wie wir es vorhin gesehen haben. Das ist der kleine feine Unterschied. Vorbei eine Leichenhalle. Und am Kadaverholz. Das sind ja eigentlich alles Baumkadaver. Auch wenn das alles mal Dachladen wären. Da geht es wieder weiter Richtung Bachgau. Radheim. Die wilden Echsen des Odenwaldes. Das sieht man selten. Und die ist noch ganz super. deep-weil Schön. Geil. Das sieht man jetzt. Ja. Wir sehen uns mal. Insofern sieht man aus. Rauchen! Ruh! Ruh! Das sieht mir richtig aus. Das sieht mir richtig aus. Ruh! Ruh! Ich trage uns ab und fahre sie weg. Ja, wieder vorbei an der Hüschelgräbe. Das waren ganz tolle Momente mit dieser Blindschleusche, weil die sieht man ganz, ganz selten und auch ganz, ganz selten ganz, weil die war ja voll intakt. Das ist ein ganz alter Wirtschaftswald, wo die wahrscheinlich auch gelebt haben in der Brausezeit. Der Brunnenwald der Brausezeit, Mensch. Jetzt kommen wir jetzt zur Muttergotteseische. Jetzt sind wir gerade dabei gekommen, wo die Landwehr jeden Tag verläuft. Da ist er schon, da scheint er schon durch. Das ist ja kein Turm mehr, das ist ja schon ganz lange weg. Das ist ja auch dieses alte Relikt, dieser alte Stein, das hat er auch mal angelochtet. Da sieht man, dass da so einer steht. Da kann man sehen, wo es hier überall hingeht. Das ist wieder die Madonna aus Voldüren drin. Und diese alten Eile. Da sagt er immer, wenn das passiert, das bringt Glück. Und tatsächlich, da hat mir doch tatsächlich ein Vogel auf die Tasche geschissen. Vielleicht habe ich deswegen die Plümpfsteiche eben gesehen. Man soll es nicht glauben, man sieht diesen Smog oder diesen Dunst. Sieht man hier. Sieht alles so staubig aus. Das ist einfach so eine Landscheine. Komisch. Das ist der Schiffsweg der Römer, der zum Verladerhafen, zum Möbelkämpf ging. Wir sind praktisch da oben rüber, in der Linie an Grünhecken vorbei. Grünheckerhof heißt das. Da oben die Pferde sind. Das ging dann hier runter. Da durchs Feld. Da ist man dann da unten zum Möbelkämpf zum grömmlichen Verladerhafen gekommen. Und da habe ich schon richtig gesehen. Das ist wirklich der Smog. Wenn man runterfährt, dann kriegt das hier die Luft. Da muss er gleich anfangen zu husten. Das ist ganz komisch. Da sieht es auch. Die Luft ist ganz schön verdreckt. Obwohl es doch so viel geregnet hat. Da ist der Smog. Das sieht man da am Waldrand. Diese Dunstuppe, diese Graue. Das geht dann durch rein. Auch hier. Das ist dann der Sauerstoff. Das ist dann nicht so viel. Das ist das, was man dann so merkt. Das ist der Pinselberg. Das geht dann doch weiter. Steine merken sie den Wald hinauf. Da geht es immer wieder satt hinauf. Wenn es satt hinunter ging. Das ist also immer so ein Bodenwald. Da kann man schon von Hardcore sprechen. Da geht es immer steiler hinauf. Ohne Ehe die echte Herausforderung. Das können aber ohne Ehe nur die Leute machen, die so eine affige Kondition haben wie ich, und so eine wahnsinnige Power, weil selbst bei diesen Temperaturen kann man mit Herzinfarkt vom Fahrrad fallen. Oder im Kolbenstecker, im Koppel, also. Das ist alles möglich, weil es geht wirklich abartig den Berg hinauf. Da kommt selbst einer, wie ich, ins Atmen. Von Rathalem hier wird eine Nuff an den Rathalmer Turm, wo die Landwehr vom Bad Turm entlang geht. So, dann können wir dann die Gänge hochschalten und hat's gepackt, ist oben. Hu! Jetzt gerade die Fahrsleute wieder, die haben ihren Hochsitz aufgeladen auf den Hänger, die da vorhin hinter mir her gefahren sind. Sie sind dann selber erst mal ganz gepauft, dass einer es schafft, da so hinaufzufahren und dann auch weiter zu fahren. Ich hab irgendwo völlig losgelöst, keine Luft mehr, ich hab's mal nach Luft japst und sich ausruht. Das ist halt bei mir alles nicht so. Ich bin halt einfach durchtrainiert, wollen wir mal sagen. Deswegen hab ich halt auch so ein Fahrrad gebraucht, mit dem ich das machen kann. Das war wichtig für mich. Jetzt geht's wieder vorbei in der Hügelkreppe, über die Straße Richtung Dondiner Pflanzgartenhüter. Da sind wir in der Hügelkreppe, da ist eins, da ist noch eins und da ist das andere. Der beweist, dass hier vor 5000 Jahren auch schon was los war. Ja, das ist nur die Sattelklemmung gewesen. Ja, das ist da. Das war auch nicht richtig schön. Ich glaube, das ist ja so, wie ich es mitgenommen habe. Ganz wichtig ist bei dem Fahrrad von Denner, dass Pegasus Vessel Strong, dass man da an dem Lader die alles Teile an dem Fahrrad überprüft, und ich weiß nicht, ob die richtig festgezogen sind, weil das dem Sticks richtig fest und nichts richtig mehr prüft. Dass die Gabel nicht aufs Gewicht eingestellt und gar nichts. Alles das, was normalerweise die Top-Fahrrad hinten machen. Da, wo es jetzt heute ein Umstand war, der ist super. Ich habe mir einen Tipp gegeben mit der Sattelsteiger. Ich habe gesagt, probier es mal so. Oder habe ich es so probiert. Und Suppe. Und nichts mehr knacken. Das ist der Top-Typ da. In der untere Max-Straße ist der. In der Obstadt. Da kann man schon mal Erwärmung machen für den. Der verkauft halt nur E-Parks. Aber der repariert auch normale andere Fahrräder. Und einfach verunmulte Tipp. Hätte man ja irgendwas verkaufen können. Hat er nicht gemacht. Das ist einer, der sich auskennt. Der seriös ist. Das sind die Leute, die einem noch Spaß machen. Die anderen sind neuernd auch aufs Geschäft aus. So, da biegen wir jetzt auf den Weinweg ein. Den römischen Weinweg. Das ist praktisch die Weinerführung der Hohen Straße, die dann zu Castella Stockstadt geht. Das ist der Weg hier. Der Hohen Straße begegnet man immer wieder im Wald. Dann geht es weiter. Das ist der Hohen Christian. Der ist vorbei am Waldrat und dann sehen wir mal, wie groß der ist. Jetzt gibt es jetzt mal Brotzeit mit Brezeln. Da haben wir Rüttelsäuste. So, am Rüttelsäuste sind die Fahrradrast. Und die Brezelsäuse. Und ich bleibe heute hin. Jetzt gibt es jetzt noch mal gut Eis. Mit Pfeffer ins Eis. In der Umstadt. Das ist eine Chance mehr so toll. Das ist eben der wahnsinnige Smog. Da geht immer von mir die Puste aus. Da drinnen haben die Augen. Da ist kaum noch richtig Luft. Dann hast du keine Chance mehr. Da musst du ganz alleine fahren. Was ein Smog. Wenn man mit der Brüttraube so einfach dunzt. Den Smog kriegst du es sehen. Das hat es bis jetzt auch noch nicht gegeben. Das ist ein absoluter Smog-Tag. Das hat schon den Tannenwöl in den Randammel da ist. Und wir sehen es. Guck mal, was das zubelt. Das ist natürlich auch hier. Cooles Luft. Da sind sie wieder. Die Jäger mit den riesen Objektiven. Ja, dann können wir mal den Mond sehen. So steht die Schattierung. Und die drei Störche. Die immer noch nicht wegflogen sind. Ja, es wird schon irgendwann mal was werden. Mit den Störchen. Der eine ist jetzt aufgestanden. Aber dem blieb jetzt noch nichts. Ah, genau. Jetzt kommt auch die Mutter hin. Und bringt ihnen was zu essen oder was zu trinken. Das sieht aus, als ob es etwas zu essen gibt. Dann sieht man mal, wie weit es schon sind. Naja, vielleicht stirbt es wohl, ja.